es ist ein bisschen das spiel mit dem feuer was der markt da aktuell tut zumindest beim s&p sehen wir dass wir sehr knapp an einem naja was sind wir vorbeigeschraubt schauen wir uns einfach mal an was ist mein thema wir haben eine marke hier mal angezeichnet und das ist die marke die wir vom 22 märz hatten und ich hatte gesagt ich möchte nicht sehen dass der kurs da überschneidet das ist nicht so toll denn das bedeutet dass wir eine kursüberschneidung hier haben und wer genau hinguckt der sieht na rüdiger ist das nicht etwas jetzt kann man sagen müssen wir so pingelig sein kann das nicht sein hier im future markt sowieso da kann das doch schon mal passieren er hat doch gedreht und tatsächlich hat er gedreht und er hat ja auch hier eine typische wendeformation gemacht das ist ein hammer viele gucken wenn sie so kerzenscharts angucken hier auf diese muster man sieht sie auch im balkenschart muss man halt zweimal hingucken dann sieht man das also so gerade eben noch die kurve gekriegt dass ich sage na gut aber es ist tatsächlich ein spiel mit dem feuer dann streng genommen ist es hier eine überschneidung und das ist genau das was ich nicht sehen will vergleichen es kurz mit den anderen kollegen sehen wir beim dow jones ist die welt halb so schlimm wir sind dahin gelaufen wo der kurs hin sollte er hat ein bisschen untertrieben hier also übertrieben nach unten sozusagen das ist aber völlig in ordnung da wollen wir in keinem kein strick draus drehen hier das ist völlig in ordnung aus meiner sicht denn wir sind in dieser zone noch drin er ist oberhalb dieser unteren marke geblieben das sind alles größen ordnung die völlig in ordnung sind und jetzt hat der kurs tatsächlich gesagt na ja lass uns hat lasst uns mal tatsächlich den dreh hier wagen wie nachhaltig der sein wird das wird noch aus zu sitzen sein also da müssen wir noch abwarten allerdings können wir das früh einschätzen also wir haben das gesehen theoretisch wäre jetzt die nächste fortsetzung dass der kurs tatsächlich hier nach oben geht das wäre so mein lieblings bild charttechnisch nämlich dass wir hier im prinzip eine bewegung hatten die mehr oder weniger nach oben ist mit pause zwischendrin jetzt noch mal die letzte sozusagen aufwärtsbewegung noch mal macht das wäre eigentlich klasse wenn dem so wäre dann müssten wir uns das hier genauer angucken dann sollte das möglichst impulsiv nach oben sein und nach unten korrektive bewegungen eben geben jetzt schauen wir uns das mal an was wir hier bisher haben im fünf minuten chart dann sehen wir das können wir durchaus schon irgendwie so halbwegs zählen lassen die aufwärtsbewegung ist relativ stark wir dürfen nicht vergessen hier ist nachthandel dass er hier nicht in die pushen gekommen ist das müssen wir ihm verzeihen da ist relativ wenig los deshalb zieht sich das ein bisschen aber die bewegung ist relativ schnell und wir sehen dass die abwärtsbewegung klar korrektiv aussieht also wir haben beste voraussetzung dass die aufwärtsbewegung noch ein bisschen weitergeht wir können also so halbwegs mal schauen von den größen ordnung wie weit war der rücksetzer der tiefpunkt dieser entscheidende der hochpunkt war da auch hier ging es in die lieblingszone eben rein das ist der klassiker für eine erste korrektur dieser größenordnung alle anderen waren viel viel kleiner die kann man nicht vergleichen mit der das scheint also der erste anstieg gewesen zu sein das ist die korrektur da draus die ist tief genug gelaufen und wenn jetzt alles gut geht bräuchten wir idealerweise eigentlich einen anstieg der ungefähr das was wir von da nach da hatten nochmal repräsentiert allerdings von diesen tief ausgehend und dann wären das zielmarken 33.770 in etwa 66 sagte hier das wäre eigentlich so eine zielmarke wer jetzt sagt aber das ist doch nicht immer so völlig richtig das ist tatsächlich nicht immer so aber es ist ein guter richtwerte denn statistisch gesehen laufen bewegungsformate die ungefähr so ablaufen eben gerne in diesem muster ab das heißt dass wir früher oder später ungefähr dieses niveau hier noch mal sehen halte ich zumindest mal vorläufig für sehr realistisch nehmen wir mal an er würde noch mal einen umweg fahren was ich nicht so sehr realistisch halte aber also möglich ist es dann kann es sein wenn der punkt tiefer ist dass das tief dass der hochpunkt natürlich dann entsprechend dieser entfernung hier nach unten hier ein bisschen nach unten rutscht das ist klar wir haben sie jetzt von diesem tiefpunkt gemessen nehmen wir mal er macht diesen umweg dann wäre das natürlich ebenso das ist aber im moment nicht zu erwarten denn der anschluss hier ist schon wieder sehr impulsiv also ungefähr 33.770 so als richtgröße das ist etwas was man mal vor augen sich halten kann wir haben hier übrigens das ist eine schöne sehübung wir haben hier das gegenteil gehabt wir haben hier diese bewegung werden abc hier im kleinen und ihr seht das muss nicht eins zu eins sein es kann durchaus sein dass er sogar noch weiter läuft also es ist nicht gesagt dass er dann nach diesem verlaufsmuster jetzt zwingend da oben dreht und dann nach unten geht aber diese zone machen wir mal diesen umweg weg den haben wir als nur mal als eine idee mit reingebracht diese zone hier oben oder dieser dieser bereich da das wäre jetzt mal so dass das erste was wir anstreben und mit einer realistischen chance dass wenn alles gut läuft der markt sogar sich nach oben noch mal absetzt also ganz gute voraussetzung für den us amerikanischen markt zumindest mal mit blick auf den dow jones jetzt kommen wir noch mal zurück auf den s&p da ist dieser hintere teil natürlich ähnlich interessant wie der verläuft aber ihr könnt euch schon erahnen der ist grundsätzlich mal auch relativ stark nach oben allerdings diese pause die scheint hier eher noch zu fehlen deshalb vielleicht eine vermutung dass wir hier ein bisschen anderen rhythmus haben nämlich dass wir hier den anstieg hatten den rücksetzer innerhalb des nachthandels hier irgendwie hier vielleicht dann noch eine kleine pause die korrespondiert mit der und hier mit der fünften welle unterwegs sind und anschließend noch mal diese korrektur also jetzt hier da long zu gehen da würde ich den dow jones eher noch empfehlen oder eben was ich sowieso immer das beste für das beste halte wenn er noch mal eine korrektur macht trotz alledem so die grobe erwartung beratungshaltung ist auch hier dass ob mit dem umweg oder zur not ohne diesen umweg wir irgendwie bereiche hier oben sehen das wäre ungefähr 4130 plus dass wir das in etwa sehen halte ich für gar nicht so abwegig in der bewegung und würde noch nicht mal zwangsweise die abwärtsbewegung komplett beenden denn dann wären wir ungefähr hier und das wäre ja locker immer noch so als korrektur in dieser abwärtsbewegung theoretisch sogar noch möglich dass es das wäre also ganz ausschließend will ich es nicht dass es danach noch mal runter geht vorläufig allerdings wären das die nächsten zielmarken die es aus meiner sicht anzustreben geht eventuell mit diesem umweg den ich hier noch mal gezeichnet habe ich mache es noch mal einmal groß dann könnt ihr es angucken hier umweg also das noch mal bis zur hälfte runter und dann nach oben da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher ob er diesen überhaupt braucht oder ob er sagt menschen was willst du denn da das hier oben der teil macht das noch mal raus hier war doch die pause also dass man das ganze ein bisschen anders auffasst nämlich das pause das pause noch mal der anstieg und dann dass das hier eigentlich ein bisschen falsch gezeichnet dass die korrektur ist und anschließend von hier weiter geht letztlich für das aber beides irgendwo in diese richtung also da würde ich sagen das scheint relativ ausgemachte sache zu sein dass das zumindest mal der standard prozedere ist das könnte durchaus für weiter steigende kurse eben gut sein ich habe es gesagt beim dow jones ich würde mich nicht mal wundern wenn damit diese bewegung zu ende ist und wir beim dow jones die 34.400 irgendwo nochmal ansteuern also irgendwas oben drüber über den bisherigen april hoch das würde mich nicht wundern wenn das in den nächsten tagen passiert viele erinnern sich ja dass ich dieses mal hier in den tageschart reingezeichnet habe das heißt so dieser letzte arm den wir hier haben das wäre quasi dieses überschießen was ich hier im pfeil drin habe und anschließend käme dann eine etwas größere pause denn es spricht schon einiges dafür sowohl vom verhaltensmuster da sind die elliot freunde ganz glücklich mit als aber auch vom von dem momentum her wenn man sich das anguckt dass da eine pause vorläufig in der aufwärtsbewegung für eine gewisse zeit gar nicht so abwegig ist aber wie gesagt ein das wäre so eine pause möglicherweise sogar im bullenmarkt aber das müssen wir noch nicht heute im nachmittagsupdate besprechen so nasdaq der sieht natürlich relativ ähnlich aus der hat es ebenfalls hier geschafft bis ungefähr hier zu dieser unterseite seines trendkanals hat dann ebenfalls gedreht also insofern ist das bild relativ ähnlich und auch hier die erwartungshaltung die chance dass wir als nächstes hier nochmal die letzten hochstüberschreiten also ich sage mal so ich würde mich nicht wundern wenn wir die 13.400 hier in etwa nochmal erreichen also da ist der kurs eigentlich ganz gut auf dem weg vorläufig also würde ich sagen es ist einfach die aufwärtsrichtung die die märkte haben wie lange gilt das ganze das ist hier beim beim nasdaq noch am auffälligsten nicht klar wenn der kurs diese marke durchstößt weil hier ist es relativ symmetrisch seht ihr das hier das dann haben wir hier den rücksicht ich mache es mal groß hier dann habt ihr es ein bisschen deutlicher wir hatten hier diese aufwärtsbewegung wir hatten hier offensichtlich irgendeine form der korrektur einige werden sofort sagen das ist doch eine seitwärtskorrektur weil der punkt noch mal höher ist als der ja das ist wahrscheinlich so also das heißt wir haben hier ich mache mal die struktur nochmal relativ eine erste aufwärtsbewegung dann hatten wir eine a b c seitwärtskorrektur und die erwartungshaltung dass das was wir vorne haben es ist ziemlich genau das was wir beim dow jones haben dass das hier hinten nochmal passiert nur dass der das bereits erreicht hat und schon überschossen hat dieses bisschen überschießen ist noch nicht hinreichend um zu sagen dass es jetzt mega aber ich zeige euch trotzdem mal ein bisschen wie man das vielleicht einschätzen kann nämlich gucken wir mal die erste bewegung die messen wir mal nach die war von hier bis hier danach kam die korrektur dreiwellig runter dreiwellig hoch impuls nach unten das ist ein klassischer flat also so nennt man dieses bewegungsformat hier manch einer erinnert sich an die corona krise das ist so schön das muss ich euch zeigen hier corona krise merkt euch mal das hier dreiwellig runter dreiwellig hoch überschießt und anschließend noch mal runter sogar etwas tiefer also wenn ihr sagt das ist auch ganz seltenes ding hier gucken wir uns den dax mal an hier das ist dreiwellig runter dreiwellig hoch und anschließend noch mal runter das ist eine klassische flat korrektur die ist super 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 häufig also die gibt es hier zigfach immer wieder mal zwischendurch die sollte man im hinterkopf haben wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt auch das hier wird eine seitwärtskorrektur gewesen sein aber den dax gucken wir uns gleich nochmal an also das hier war wohl dann die korrektur und anschließend das gleiche noch mal jetzt haben wir überschossen ein sehr bullisches zeichen ist es wenn wir das hier erreicht haben denn bis also bis hierhin ist recht typisch das ist das sogenannte wir sagen dazu das klassische mindestziel wenn man ehrlich ist das muss nicht erreicht werden das kann auch ein bisschen weniger sein eigentlich könnte man sagen bei 70 prozent ist so ziemlich ein mindestziel weil das wird ich sag mal ein bisschen provokant eigentlich immer erreicht immer ist eine ganz hässliche vokabel an der börse aber das ist nun mal extrem klassisch aber die hunderter marke wird auch sehr sehr häufig erreicht und bietet noch auch für den handel ordentliche chance risiko verhältnisse so aber bis dahin ist es völlig unklar ob das oder ob das passiert solange er in dieser mittleren zone ist also diese zone geht los von 13.060 beim nasdaq future ist das jetzt hier gerade und die 161er marke die geht bis 13.180 jetzt bitte bitte ich sage jetzt hier 180 das ist nicht so millimeter genau darum geht es dabei nicht das interpretieren viele aus meiner sicht völlig falsch das ist gar nicht die aussage oh jetzt ist er einen tick drüber dann geht das nicht mehr aber es gibt gewisse eben wahrscheinlichkeitsgrößen und wenn der kurs hier drin dann ist immer noch beides möglich aber wenn er diese marke erreicht wird diese abwärtsbewegung nach unten relativ wenig wahrscheinlich und dann ist es eher wahrscheinlich dass wenn eine abwärtsbewegung kommt dass er so ein pandant zu dieser korrektur ist man also hier dann wenn er so hoch dann kommt eher wieder so eine korrektur erwartet so ähnlich wie die und es anschließend sogar noch mal höher geht also ihr seht in diesem raum können wir noch nicht genau sagen aber je höher er geht richtung 13.180 desto weniger wahrscheinlich wird so eine bewegung die ist nie ausgeschlossen aber sie ist halt so dass man sagen kann naja also wenn sie nicht so sehr wahrscheinlich ist sollte ich nicht sagen doch da setze ich all mein geld drauf dass das jetzt passiert das klingt nicht clever viele werfen ja den charttechnikern vor oder natürlich auch mir dann in den videos ich nehme das nicht als angriff das ist völlig in ordnung ihr wisst doch gar nicht was passiert als nächstes das ist völlig richtig wir wissen das tatsächlich nicht und der chart sagt uns ja auch nicht was als nächstes passiert aber mit den wahrscheinlichkeiten können wir halt einen trade so gestalten dass er statistisch gesehen für uns vorteilhaft ist das verwechseln viele wir wissen nicht was passiert in der zukunft was wir können als händler ist dass wir die zukunft so gestalten also die die trades so gestalten dass wir die besseren chancen haben auf der richtigen seite zu liegen und ich sage es tatsächlich so harmlos es geht nicht darum hey leute ich liege da immer richtig sondern es geht darum hey leute wenn ich das hundertmal mache dann bleibt nachher mehr übrig als ich verloren habe oder als ich riskiert habe beziehungsweise also mein konto ist gestiegen um es mal so verkürzt zu sagen das ist die aussage die dahinter steckt und dafür helfen eben diese größen verhältnisse und gewisse statistiken mit denen man in etwa ablesen kann okay an welchen stellen funktioniert das so damit ihr nicht number crunching machen müsst gebe ich euch das ein bisschen vor dann habt ihr so ein bisschen eine orientierung und könnt das entweder wie wir als puristisches handelssystem oder eben als eine unterstützung nehmen wenn ihr sagt ja ja meine indikation oder mein handelsansatz sagt jetzt auch eher das dann habt ihr eher eine idee soll ich jetzt mit sowas rechnen oder soll ich da oben mit sowas rechnen dann wisst ihr eher wie ihr damit umzugehen habt das heißt dann müsstet ihr den stop so setzen dass ihr eine korrektur dieser größen und kann ein bisschen größer sein als ich sie jetzt gezeichnet habe sollte so ein bisschen mit dieser hier technisch übereinstimmen nicht mehr überschneiden dann wisst ihr wie ihr eure stops setzen müsst weil damit müsst ihr rechnen entweder ganz eng damit ihr die nicht überlebt und wieder neu positioniert anschließend oder so weit dass ihr sie überlebt aber eben nicht so mittendrin weil dann habt ihr nicht fisch noch fleisch habt ihr nicht wirklich abgesichert werdet ausgestoppt dann dreht der kurs wieder und alle sagen nachher wieso war doch nachvollziehbar dass eine entsprechende korrektur als nächstes wieder kommt na gut also insofern er ist jetzt ebenfalls noch auf der schwelle für die aufwärtsseite also im moment macht er das ja ganz gut ich gehe jetzt nicht davon aus dass der nasdaq nach unten geht die anderen nach oben schießen das nicht also aktuell würde man sagen gibt es noch keine anzeichen der schwäche alle müssten eigentlich sich noch ein gutes stück weiter nach oben bewegen in der folge egal wie das jetzt auf den direkten weg oder indirekten weg geht bis in diese zone auf jeden fall mit echten chancen dass damit diese gesamte korrektur jetzt abgeschlossen ist die wir beim dau haben die wir beim nasdaq hatten beim s&p war sie da sag ich mal vorsichtig nix zu wisst dass ich hier nicht so leidenschaftlicher fan dieser bewegung insgesamt bin nach oben aber tatsächlich auch hier mit einer realistischen chance dass der kurs jetzt vorläufig zumindest mal nach oben kommt so und der dax gucken wir den abschließend auch noch mal an und der ist ja sowieso der sagt sich das geht mich alle geht mich gar nichts an was ihr da macht in amerika ich bin eigentlich ganz gut mut ist wir haben hier noch längst nicht diesen rücksetzer gesehen eigentlich steht der aber noch aus mir wäre wohler wenn er den machen würde dann hätten wir ihn nämlich hinter uns und das wäre vom sagen wir mal von der typischen rhythmik der marktbewegung im kleinen und im großen eigentlich eine ganz hervorragende geschichte also ihr seht ich bin trotzdem bullisch auch wenn ich ja eigentlich mir wünsche dass er noch mal runter geht nämlich nur dass man sagen kann guck mal dass er frisch erholt dann kann er noch mal richtig mit schwung ob er diesen rücksetzer macht werden wir sehen allerdings muss ich auch sagen dass dieser anstieg den wir jetzt hier beim index zumindest schon mal sehen ja so toll ist der nun auch nicht gucken uns den mal hier hinten beim future an dann sehen wir das noch mal so ein bisschen genauer mit dem nachthandel auch noch mit dazu dann sehen wir schon an der geschichte ist ja gar nichts auszusetzen da hätte ich jetzt fast gesagt schub hoch korrektiv runter und das was wir hier vorne haben da hinten noch mal ja hat er gemacht ihr seht also das prinzip ist das gleiche ich schiebe es mal zur seite dass ihr das mal theoretisch seht das was vorne ist nach dieser korrektur da hinten noch mal das hat er getan aber jetzt kommt der so tief wieder runter wo ich sage besser nicht so viel überschneidung machen also wenn ihr jetzt wirklich den bogen hier rauskriegt und noch dreht ist die welt in ordnung aber ich sehe so ein bisschen beim dax die gefahr dass er sagt naja wenn wir ehrlich sind wir wollten ja eh im großen bild noch mal nach unten behaltet die unterseiten hier so halbwegs im auge ich könnte mir vorstellen dass es da noch mal nach unten geht ein erster optischer test wäre wenn er nach so einer starken bewegung korrektiv nur hochkommt und dann machen wir es mal nicht ganz so machen wir einfach nur abc nach oben kommt um es einfach zu halten und durchstößt das dann wüssten müssten wir ja das hier noch mal sehen und dann sind wir eigentlich überhaupt nicht mehr in einem bullischen modus also nehmen wir mal an er macht eine abc und er oder irgendeine andere korrektur fern und er triggert die auf der abwärtsseite dann wären ja die ziele so tief die mindestziele die typischen dass ich hier schon erkennen kann an dieser marke vorläufig ist das mit der bullischen seite noch nichts wie gesagt wir reden hier von intraday oder von mir aus ein paar tagen hier also ich rede jetzt nicht davon dass der bullenmarkt für immer und ewig beendet ist meine eigentliche zielsetzung das war jetzt sehr schmal gezeichnet das kann ja durchaus noch ein bisschen fortgesetzter hier in irgendeiner form werden aber das wäre eigentlich so eine ganz gute ziel bewegung die ich jetzt hätte egal ob die jetzt exakt so aussieht oder noch ein bisschen anders aber wenn ich mir was wünschen darf so diesen rücksetzer hier bis auf das tief ungefähr als orientierungshilfe denkt an das was wir beim dow jones gesehen haben orientierungstief fünfter april ich wechsle noch mal gucken nur auf dieses bild und jetzt auf den dow jones hier das ist genau das was ich meine der dow jones hat's gemacht der hat schon hinter sich vielleicht steigt der da jetzt der dax hat's noch nicht gemacht und wer jetzt sagt naja der dax wird nicht fallen wenn der dow steigt naja so 100 prozent konform war der dax nicht als er gefallen ist hat der dax gesagt das geht mir nichts an was ihr da macht das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so jetzt habe ich lange genug gesprochen jetzt bei diesen bewegten märkten vielleicht genügend input für euch gegeben damit ihr ein bisschen das einschätzt denkt noch mal dran den chart ein bisschen mit zu verwurschteln wir können natürlich auch gucken wie die zahlen sind aber das überlasse ich euch da ein bisschen drauf zu gucken und da eure gedanken zu machen ich schaue mir an wie die marktteilnehmer drauf reagieren und das haben uns gerade angeguckt in diesem sinne wo ich jetzt erstmal alles gute und liebe grüße